Hi Leute, ich bin heute mal wieder draußen im Wald unterwegs. Heute mit Michi und Sonja. Wir gehen ein bisschen spazieren, genießen die frische Luft jetzt im Oktober, die letzten Sonnenstrahlen noch ein bisschen ausnutzen und ein bisschen Chinspahn suchen. Dabei habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal was, was dem Tobi richtig gut gefällt. Der Tobi hat ein paar Lieblingsmesser. Normalerweise habe ich immer das Morakans Bull dabei oder das Helle Alten. Und heute habe ich am Dengler das Castrom Woodsman dabei. Ich trage es immer gern am Dengler, weil da ist das Messer schön beweglich. Ich habe jetzt hier die Version mit Feuerstahl dabei. Das Ganze gibt es auch ohne Feuerstahl. Kommt in einer schönen, konjakfarbenen Lederscheide. Schön vernäht. Ziemlich starkes Leder. Unten mit einem Abflussloch, damit eben keine Feuchtigkeit drin bleibt. Und jetzt kommen wir mal zum Messer. Das Messer ist vom englischen Messermacher Harrington designt. Der baut seit 1997 Messer. Ist auch im Buschkraftbereich tätig und der hat eben dieses Messer hier designt. Relativ klein, aber für die meisten Arbeiten vollkommen ausreichend. Klingenlänge 8,7 cm. Grifflänge 11,5 cm. Summe kommen auf 20,2, 20,3 cm. Insgesamter Länge. Das Ganze ist in Full-Tank-Bauweise. Hier habe ich jetzt Mooreiche-Griffschalen. Das Ganze gibt es auch noch mit Maserbürge-Griffschalen. Ist dann abgesetzt mit schwarzen Leinern ein bisschen. Klingenstärke sind 4 mm. Und das Ganze ist aus K720 Kohlenstoffstahl. Der ist ziemlich ähnlich dem O2 Kohlenstoffstahl. Also Feuchtigkeit versuchen zu verhindern. Ich habe das Messer mal draußen dabei gehabt und über Nacht in der Lederscheide bei Regen und am nächsten Tag waren schon leichte Rostflecken drauf. Also das Messer immer schön mit Ballistol einölen und immer sich um das Messer ein bisschen kümmern. Das Messer verfügt über eine Drop-Point-Klinge, heißt nach vorne hin leicht abfallend und hat einen schönen, extremen Scandi-Schliff. Also zum Zwiebelschneiden, Tomatenschneiden eher nicht so geeignet. Die spaltet ihr eher auseinander, aber für unsere Sachen super geeignet zum Schnitzen. Der Scandi, der beißt sich extrem ins Holz rein. Da kriegt man auch was weg. Man kann auch schöne feine Locken sich dann machen. Also schöne feine Locken gehen auch, um Feverstick zu machen, zum Anzünden. Klingenrücken ist auch schön scharf. Entweder um am Kienspahn ein bisschen Material runterzuschaben oder um den Feuerstahl anzureißen. Geht alles wunderbar. Hier eben Griffschalen in Mooreiche. Hinten ist ein Loch, ein Lanyard-Hole noch. Da könnt ihr euch noch eine Schlaufe durchziehen. Wer es mag. Ich persönlich mag es nicht. Mich stört die Schlaufe hinten immer. Und natürlich, was wichtig ist, geht am besten im Geschäft, was Messer führt, und nehmt mal Messer in die Hand. Ich habe eine relativ kleine Hand. Für mich passt dieses Messer hier perfekt. Jemand, der eine größere Hand hat, für den kann das Messer natürlich schon wieder nicht sein. Also immer Messer in die Hand nehmen. Schauen, wie formt sich das hier in meine Hand hinein. Wie kann ich dann auch Druck ausüben, wenn ich damit ein bisschen länger arbeite. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wie Blasen irgendwann mal bekommen. So, Michi und Sonja. Wir suchen jetzt noch ein bisschen hier das Gold der Natur. Ein bisschen Kienspahn. Richtig schöner Brocken. Leuchtet schön in der Sonne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschau.